Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Willi Morgan und der Fluch von Bontown. Für mich ist es jetzt schon einige Tage her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Und ich würde sagen, hier haben wir noch nichts erkundet, oder? Zumindest erinnere ich mich nicht mehr richtig dran. In the guise of a pirate and, brand new option, in the guise of a drunk pirate. All offered by the Lafitte Amusement Park. The things you do to attract customers. Woo! I better go out and recover the posters. I'm curious to admire the different versions of myself. Okay, Andy kommt doch hier unten raus, oder? Great, three posters of me. Zeig mal, zeig mal. Warum sehen wir aus wie Johnny Depp? For drunk and disorderly. Aber, Schnurrbart, ne? Ich muss mal wieder sagen, Bärte stehen Leuten eben. Das ist ziemlich nah dran. I think I'm a good looking kid. Okay, okay, okay. Ja. Ich habe ja nur gesagt, dass hier der Bart steht. Bleibt ganz ruhig. So, okay, dann haben wir Fotokabine. Hier ist nichts weiter. Nee. Gut. Hier in diesem Straßenschilder-Ding. Habt ihr jemals damals auf dem Gameboy... War das dem Gameboy Color oder war das noch der alte? Es könnte noch der alte Gameboy gewesen sein. Ich hatte nämlich nie einen Color, aber die Color-Spieler haben mir auch in den alten Gameboy gepasst. Ich hatte noch diesen ganz alten grauen Klotz, falls ihr den kennt. Ich habe ihn geliebt. Ähm, da gab es bei Pinocchio ein Level, wo man mit dieser Grille, wie hießen die? Weiß ich gar nicht. Hier drin quasi oder hier drauf und drin gekämpft hat, wie auch immer. Gegen Motten. Das sind, glaube ich, jetzt Schmetterlinge, oder? Die immer hier um das Ding rumgeflupst sind und man ist hier immer runtergefallen. Also wenn man nicht mit seinem Schirmchen dort noch geschafft hat, irgendwie auf einem der Äste zu landen. Und ich habe es nie geschafft, dieses Level zu besiegen, weil ich gar nicht wusste, was man machen muss. Weil ich viel zu dumm war, das zu schaffen als Kind noch. Ich glaube, ich wusste nicht mal heute, wie es ist. Und das Witzige ist, ich habe bei den Rocket Beans einen Stream geguckt, wo Gregor und... Ah, ich weiß gar nicht. Entweder war es Gregor alleine oder war noch jemand anders dabei. Die haben auf jeden Fall alte Spiele, die es auf dem Gameboy und so gab, gespielt. Und da war unter anderem Pinocchio dabei. Und der ist durch die Stadt gelaufen und der kam zu diesem, genau diesem Level mit der Grille. Und der ist halt immer in den Abgrund gesprungen und hat gesagt, was muss ich denn hier machen? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Weil man kann um das Ding rundherum hüpfen. Aber ich weiß gar nicht, ob man, wenn man komplett rundherum gehüpft ist, irgendwas anderes gesehen hat oder so. Ich erinnere mich nicht mehr. Falls jemand von Pinocchio kennt und das damals gespielt hat und dieses Level weggeschossen hat, dann sagt es mir gern, was man tun muss. Boah, ich muss unbedingt. Oder im Haus auf jeden Fall. Wir kriegen ja von den Vorbesitzern sogar noch so einen ganz alten Röhrenfernseher geschenkt. So einen ganz großen, wo wir den Nintendo dann anschließen wollen. Und da können wir auch Pinocchio mal drauf spielen. Ich habe auch noch Kirby und Super Mario und, oh, was habe ich noch alles? König der Löwen. Habt ihr den, habt ihr den Ohrwurm gerade im Ohr von König der Löwen oder habt ihr es nie gehabt? Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch so hatte. Ich hatte auch diese typischen 100 Spiele in einem. Solche Sachen, die waren ja immer recht günstig und haben trotzdem sehr gut beschäftigt, fand ich. Ähm. An mehr erinnere ich mich gerade gar nicht mehr. Ich hatte jetzt auch nicht die Masse an Spielen, aber ein paar hatte ich schon. Naja. Bei dem auch sei, gucken wir mal weiter. Können wir hier noch irgendwas ändern an den Schildern? An Straßenschelder? Nee. Wahrscheinlich muss sich jemand verlaufen. Ich erinnere mich, wir müssen so eine weiße Blume auch noch finden. Die irgendwo wächst, wo es Sonnenbeschienen und aber feucht ist oder so. War das nicht so? Kieselsteine, okay. Die Regenrinnen, die wir jetzt nicht mehr angucken müssen. In Arbeit. Ich bin ziemlich sicher, es ist eine Verpflichtung, das öffentliche Material zu entfernen. Und ich kann nicht sehen, warum ich das tun soll. Okay. Vielleicht brauchen wir das noch später irgendwo. Eintrittskarten? Ich kann stand in der Linie, wartet, dass jemand jemand aufrufen kann. Oder ich kann meine Zeit in irgendeiner Weise spenden. Wir können auch nicht einfach irgendwelche nehmen, oder? Kann man die da rausangeln mit der Zange? Ich glaube nicht, dass diese mir in diesem Weg helfen werden. Na gut, na gut. Dann geht's hier rein in den Park. Vergnügungspark. Das ist nicht mein Kind von Souvenir. Okay. Dann war's das hier, außer dass man dort noch hoch kann, ne? Da unten sind zwei Wege nach unten. Wir gucken gleich nochmal, was das bedeutet. Ach, das war mein eigener Pfeil nur. Und hier geht's hoch. Lass uns das mal hochgehen. Definitiv sichere Brücke. Hallo! Okay, gefahr da da und o-o-o-o-ben. Und bleibt draußen. Was ist hier noch bei der Möwe? Bei dem Bogen wollten wir... Oder wollte ich dem Pferd... Achso, achso. Das wusste ich natürlich vorher nicht. Hm. Ich glaube, sie können... Ich glaube, sie können... Okay, okay. Wahrscheinlich müssen wir die entweder verjagen oder ihr irgendwas bringen oder so. Ich weiß nicht. Können wir hier hochgehen? Er tut's einfach. Okay. Okay. Der schöne Musik übrigens im Wechseln. Öffnung. Noch mal ne Kerze reinmachen oder sowas, ne? Leuchtturm-Schaltkasten? Ich weiß nicht wirklich, wie es funktioniert. Es sollten einige Instruktionen irgendwo sein. Ich weiß nicht, was davon zu tun. Es sind keine Instruktionen dahinter, ne? Okay, wir können mal wieder runter, der Horizont. Es kann nur beobachtet werden. Hier kommt bestimmt eine Kerze oder ein Licht oder irgendwie was rein. Da müssen wir hinten dran irgendwas rumschrauben. Aber wir haben... Meiner Meinung nach noch nichts. Das nutzt auch nichts, ne? Ich glaube, das ist der beste mögliche Weg, diese Begriffe zu nutzen. Erstens, hast du ein bestimmtes Öl benutzt, um ein Feuer zu lighten. Von der Kondition des Lichterhausen, würde ich sagen, es ist sehr vermutlich, dass es noch einiges gibt. Ich bin nicht rischend, nichts zu brennen und bin isoliert von anderen Häusern. Vielleicht in der Bibliothek? Dass wir sie danach fragen müssen oder so? Ich weiß nicht, wie es funktionieren kann. Ich weiß nicht, was davon zu tun. Es ist besser nicht. Es ist ein unieches Stück. Ich dachte, es zeigt auf eine bestimmte Stelle dann oder so. Okay, dann lassen wir den mal leuchten. Sieht man sogar, glaube ich, ne? Sieht, glaube ich, anders aus als vorher. Warte mal, bevor wir an den Park gehen, erinnere ich mich, dass wir ja hier... Wann, das hatten wir nicht irgendwo noch eine Gasse? Ah, hier, genau, der Friedhof, ne? Lass uns mal auf den Friedhof gucken. Oha. Hier ist eine Kuh. Süß. Gruft. Welche Gruften gibt's ja auch bei unserem Friedhof, den wir haben. Oh, das sind die weißen Blumen. Ähm, wir sollten das hier schaufeln, ne? Ich hoffe, sie sind spontan. Schön. Da kann man rein. Hier ist noch eine Gruft. Die Entrance ist lockt. Ganz recht. Restriktete Access wird nur für Familienmitglieder gegründet. Ich hoffe, wir müssen das nicht aufbrechen. Das ist der Baum des Lebens, ne? Weil hier unten die Wurzeln und so. Geht so aus, zumindest. Ähm, muss ich das öffnen? Oder hier. Oder hier. Na gut. Lassen wir es erstmal und gehen lieber in diese Gruft. Das ist keine Gruft. Das ist ein Schuppen oder so. Was haben wir denn hier? Hier war doch grad was. Was war denn hier? Stark. Oh, stimmt hier. Ich will nicht einen Koffen öffnen. Ja, verstehe ich. Hier, das, das, das... Erste Hilfe-Ding kann ich nicht haben. Kerzen. Müll. Es ist nicht gesund, diese Dinge zu bemerken. Hm. Ist wieder so ein Kupfer-Ding. Ist hier noch was anderes? Sarg und der Müll. Müssen das aufmachen, oder? Ja. Brauch ich so was wie ein Brecheisen oder so? Hm. Ich weiß es noch nicht. Geben wir erstmal. Oha. Der wird hier irgendwas an Werkzeug haben, was wir brauchen. Es ist nicht so eine gute Idee. Es ist eine Sache von Leben und Tod. Meine Geräte können nicht bemerken. Ich verstehe es. Ach, der ist schmierend. Hallo. Hi. Du brauchst etwas? Er ist sehr beschäftigt. Good boy. I can see you're very perceptive. Let's say it's one of my numerous gifts. In addition to... I'll stop you right there. I already said you're very perceptive and you noticed that I'm very busy. What does that tell you? Dass wir Freunde geworden sind, dass sie meine Hilfe brauchen? Dass Sie meine Hilfe brauchen? Absolut. Hier ist was ich jetzt brauche. Können Sie bitte mit mir so wenig wie möglich sprechen? At least bis ich mit diesem Job fertig bin. Ist es ein langer Job? So, Entschuldigung, ich musste gerade kurz den Sound ein bisschen abwandeln. Jetzt habe ich hier auch noch eine Meldung von YouTube, die reingekommen ist. So, okay. Ich habe nämlich jetzt gerade nicht mitgekriegt, was er gesagt hat, dadurch, dass bei mir der Ton versaut war. Ich muss es leider nochmal machen. Ah, okay, so wenig wie möglich reden. Wir machen trotzdem. Ah, blablabla, dass wir Freunde sind. In a certain sense. So, I need a favor from a friend. Could you please talk to me as little as possible? At least until I'm finished with this job. Is it a long job? You have no idea. He seems very good. Let's say it's wild. So, and that's let's say no. That you need to talk to someone? Maybe. So now I have to tell you something very important. Could you please talk to me as little as possible? At least until I'm finished with this job. Is it a long job? You have no idea. Goodbye. Bye. Okay. Ähm, der sagt bei allen Sachen das gleiche. Road closed. Ist denn irgendwas da? Ne, wir haben nur das Auto, den Werkzeugkasten, die Fenster und die Kirche. Kann ich hier hinten hingehen? Ne, kann ich nicht. Hier ist ja auch nicht plötzlich irgendwas aufgetaucht. Ne, okay. Gut, nein, 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 nein. Noch nicht weggehen. Komm erst mal hier rüber. Der Zementmischer und Motor. Wurfmaschine ist gar kein Zementmischer. Ah, okay. Wir haben ja nichts zum, zum Benzin ablassen oder so, ne? Ich kann nicht ein ganzes Fenster nehmen. Ich brauche keine Stain-Glass-Fendung. In any case, es ist schön, dass ich von hier ausgewertet bin. Ich wundere nicht, was mit dem zu tun. Es sieht super schön aus, oder? Ich mag solche Fenster so gerne. Polaroid? Vielleicht kann es in Hand kommen. Okay. Die Fenster nochmal von innen und der Pfarrer. Wir gucken erst mal die Fenster an. Ich kann nicht das ganze Fenster nehmen. Wenn ich es verbringe, würde ich mich nie vergleichen. Ich sehe nicht, warum. Ja, auch nicht. Außer, dass es sehr schön ist und wir es zu Hause auch gebrauchen könnten. Herr Pfarrer, erzähl mal. Guten Morgen, Vater. Guten Morgen, Vater. Ich habe die Schönheit dieser Kirche. Du bist richtig. Es ist ein echtes Kunstwerk. Es dauert ein paar Jahre, und ist all dankbar zu einem Ancestor von mir. After he traveled across the ocean, he settled here in Bontown. Seeing the condition of the village, he wanted to build a place of comfort for wayward souls at all costs. What was the name of your Ancestor? Edward Drake, the first minister of the Bontown community. Upstanding guide of Bontown's people. Unblemished pastor of the community. Yes, father. I think I understand. This calling has been handed down from one generation to another, right up to today. Can you tell me anything more about Edward Drake? My Ancestor? First minister of the Bontown community. Upstanding guide of the Bontown's people. Unblemished pastor of the community. Yes, that one. Before coming here to Bontown, it is said he was a skilled glassmaker. All the stained glass windows of the church are his handiwork, created by his powerful hand, fused with the sacred fire of faith, designed with the ecstasy of supreme adoration. Yes, really beautiful. Yes, son. Every time I look at them, the fervor of the drakes ignites within me once again. How are things going for the church of Bontown? Under my guidance, there's nothing to fear. Unfortunately, my flock has been reduced in number, but not in the strength of its faith. There are just a few troublemakers. A few kids, who still don't have the patience to listen to my small two-hour sermons, but nothing more. How come Bontown is in this condition? Progress. Bontown remained a pure city. Like when my ancestor arrived and never adapted to progress. And the latest events surely didn't help. What events? There are weird stories going around. Some of the faithful said they've seen people, not locals, digging around the city. We warned the mayor, who went personally to the places in question, but he found them already abandoned. Rumors say these excavations caused a hydrogeological instability that's depleting Bontown's water supply. Fortunately, the halls were filled in again, to prevent any damage to our flourishing city tourism. Are we talking about another city, perhaps? Son, just the mere chance to visit our holy church should be good reason to come to Bontown. Our little St. Peter. Maybe you're exaggerating a little. Plus, we have a lot of other pleasant attractions. Here in Bontown, we don't lack anything. Library, museum, amusement park, one of the most famous inns of the area. I wish I knew that earlier. I'm staying at the Dead Man Inn. That one. Precisely. Everybody envies us for it. Who exactly envies the Dead Man Inn? Come again, son? Nothing, father. I was just reflecting on my luck. What's the reason, in your opinion, for these illegal excavations? Rumors say that under Bontown, there are veins of precious materials, and that the excavations were tests conducted by companies without city approval. The mayor would never let the city be disfigured. What materials might be in Bontown's subsoil? Some fantasize about gold and veins. Others say it's copper or tin. I think there is nothing at all. Or they would have surely realized it when they built the city. There's been no findings of any precious materials, either today or in the past. In doubt, the mayor made put some signs around that forbid excavations in all areas are joining the town. I wanted to think about it, if he did anything about it or if he did anything about it, what we already know. I think he did anything about it, what we already know. Just like here. Goodbye, son. Okay, we have a lot of more than that. Irgendwas is then with the windows. Eventual we have to solve a rätsel with them. I hope not, that we have to put them in the machine with the machine. That would be sad. Traurig. Okay, liebe Leute, wir sind aber auch schon mit 20 Minuten jetzt angekommen. Deswegen würde ich sagen, es ist Zeit für uns gleich in den Vergnügungspark zu gehen. Und zwar in der nächsten Folge. Also bis dann. Tschüss.